So Leute, das gibt nur ein kleines Infovideo, nämlich ich soll hier gerade mit dem Bunker-Johnsy reden und der soll in Pleasant Park sein, aber das ist halt wirklich komplett falsch. Nämlich der Bunker-Johnsy ist nämlich hier. Genau da ist er. Weil, keine Ahnung warum auch immer, aber der ist halt hier ganz unten und nicht in Pleasant Park. Keine Ahnung warum mir das so angezeigt wurde, aber ihr seht ja gerade in Pleasant Park ist jetzt der Haken. Aber ihr müsst hier unten hin. Also für alle die, die den suchen wie verrückt, der ist nicht da oben, sondern der ist weiter unten. Ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Wundert euch nicht wegen dem Level oder warum ich hier im Prinzip nur einen Kill habe, aber ich bin in der Zeit wirklich im Solo-Modus nur Aufgaben am Machen. Der Rest ist eigentlich alles so zweitrangig. Ich hoffe ich konnte euch halt wie gesagt damit weiterhelfen und in dem Sinne euch noch viel Spaß mit den Aufgaben. Und wie gesagt gerne ein Like da lassen. Wenn ihr Bock habt auch ein Abo. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß und haut rein.